So meine Lieben, es ist immer so eine Sache, wenn ich über solche Themen spreche, wie Klienten bekommen, Coach oder Heilpraktiker, ich weiß, es gibt tausend Videos darüber und ist ein bisschen ätzend, ein bisschen nervig, wenn man schon wieder was davon hört. Aber andererseits weiß ich auch, dass einige von euch tatsächlich Probleme haben, eine Praxis stabil zu erhalten. Ich habe auch meine Probleme gehabt und immer wieder kommt es in Momenten, Situationen, wo ich nochmal gucken muss, okay, was mache ich hier falsch, wie kann man das besser machen und so habe ich einiges gelernt. Und ich tue diese Videos natürlich einerseits, weil ich Klienten selbst, also Coaches und Heilpraktiker brauche, damit ich mein Coaching verkaufen kann, aber andererseits geht es mir wirklich darum, dass du tatsächlich einen Weg findest, wie du Klienten bekommst, weil ich liebe einfach, wenn ich weiß, dass das, was ich tue, etwas bringt, egal, sei es ein Video, sei es einfach eine Sitzung, was auch immer ich tue, ich möchte, dass jemand einfach profitiert davon, dass es einfach ankommt, dass es Sinn macht. So kann ich einfach entspannt ins Bett gehen abends und sagen, gut, vielleicht habe ich nicht dies oder das geschafft, aber das hat funktioniert. Und alle Klienten, die zu mir kommen, die diesen Coaching kaufen bei mir, wo ich helfe, eben Hypnose zu lernen oder positioniert zu sein oder sonst was sie bei mir brauchen, einfach nur Unterstützung psychisch oder einfach in dem, was sie tun, in ihren Sitzungen, dann will ich, dass sie glücklich sind, dann will ich, dass sie wirklich vorangekommen sind. So, es ist natürlich klar, dass jeder von uns anders ist. Wenn ich jetzt diese Videos drehe, ich drehe sie anders, als wenn du ein Video drehst. Es ist natürlich anders, wenn ich arbeite mit einem Klienten, als wenn du mit einem Klienten arbeitest. So, die Intention oder der Wunsch oder die Technik, das kann variieren, das kann anders sein. Aber grundsätzlich, es gibt ein paar Sachen im System, der dir helfen kann, Klienten zu haben, Menschen zu erreichen, die in deine Praxis kommen. Ich weiß, das ist super anstrengend, wenn man spricht Zielgruppe. Du musst eine genaue Zielgruppe haben. Beispielsweise, bei mir ist es so, dass ich eben Klienten habe, so wie du, Coaches oder Heilpraktiker, die eine gewisse Zielgruppe sind. Und andererseits habe ich, vielleicht genauso wie du, Klienten, die zu einer Sitzung kommen, die bei mir Hypnose oder Hypermassage erleben wollen. So ganz unterschiedliche Zielgruppen, wenn man so will. Ja, weil es ist nicht unbedingt so, dass ein Coach auch selbst zu einer Einzelsitzung gehen möchte. Und natürlich jemand, der zu einer Einzelsitzung kommen möchte, muss nicht unbedingt ein Coach sein. Kann jeder sein. Dann vielleicht gibt es eine Zielgruppe, die meine Bücher kaufen. Dann gibt es eine Zielgruppe, die vielleicht eher so spirituell Dinge liest, die ich schreiben und so weiter. So unterschiedliche Zielgruppen. Für jede unterschiedliche Zielgruppe brauchst du einfach nur auf deiner Website eine Unterseite oder eine extra Landingpage, wie auch immer, die wirklich nur diese Gruppe anspricht. Wenn du auf deiner Website wirklich eine Unterseite hast, die definiert wirklich, wie deine Zielgruppe ist, was die Zielgruppe für Probleme hat und wie kannst du sie helfen, was ist deine Lösung, was ist dein Angebot, desto besser fühlen sich die Menschen angesprochen. Und wie landen die Menschen auf deiner Website? Durch zum Beispiel Videos, die du drehst, das ist eine Möglichkeit, aber auch mit Werbung. Das heißt, du schaltest Werbung, aber diese Werbung ist nicht jetzt allgemein komplett auf deiner Website, sodass wenn die Leute auf deine Website kommen, sich verlieren und nicht genau wissen, wo bin ich hier, was macht der alles. Oh mein Gott, das ist viel zu viel, sondern sie werden einfach auf diese eine konkrete Sache, eine konkrete Unterseite geleitet, die wirklich sie anspricht. Das bedeutet, du machst eine Anzeige oder du drehst ein Video, der genau diese Zielgruppe anspricht und wenn sie dann den Link klicken, sie bekommen zu lesen, zu sehen, genau das, was sie lesen wollen. Das heißt, hier ist die Lösung für dich. Wenn du zum Beispiel Panikattacken hast, bitte hier, das ist die Lösung für dich, meine Einzelsitzung für Panikattacken. Also es kann auch sein, zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte mehr mit Männern oder mehr mit Frauen arbeiten, weil ich, keine Ahnung, mehr mit Frauen arbeiten möchte, die eine Diät machen oder die einfach abnehmen möchten. Oder es kann auch sein, dass du dich fokussieren möchtest auf Klienten, die einerseits Panik haben, aber vielleicht auch Klienten, die eher so eine, ja, deprimierende Phase durchgehen. Da musst du wirklich versuchen, Einzelseiten zu haben. Also in deiner Website, du kannst Einzelseiten machen, die eben das Thema ansprechen. So, einerseits, also es geht darum, dass du dich präsentierst, dich zeigst, soweit es geht. Vielleicht willst du kein Video drehen. Gut, dann kannst du irgendwas schreiben oder Blogs schreiben, was auch immer du möchtest. Aber irgendeinen Weg haben, womit die Menschen dich sehen, dich spüren, wissen, wie du drauf bist. Vielleicht am besten, wie du sprichst, wenn du einen Podcast machst, zum Beispiel. So, die Menschen emotional erreichen, irgendwo mit deiner Präsenz. Und auf der anderen Seite, reine Statistik, Mathematik. Aha, okay, so viele Menschen haben diese Anzeige geklickt. Das haben sie gesucht. Hier sind sie gelandet. Und das haben sie auf meiner Website gemacht. So, wenn du diese Seiten zusammenbringst, dann kann nur funktionieren. Natürlich müssen diese Sachen gut gemacht werden. Also, es muss wirklich dich entsprechen. Es muss wirklich etwas Wertvolles haben. Etwas, was die Klienten dazu motiviert, dich zu buchen. Und ich weiß, vielleicht klingt das alles wie, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Melde dich bei mir. Wir schauen zusammen. Wie stehst du da? Wie kommst du an Menschen an? Was zeigst du? Was strahlst du aus? Wie funktioniert deine Website? Hast du schon Anzeigen? Ich bin auch Experte in Hypnose. Wenn du magst, ich kann dir auch dieses extra geben. Das heißt, dass du dich spezialisieren kannst auf Hypnose oder zumindest eine deiner Angebote sein kann. Ich kann dir alles ganz genau zeigen, wie das funktioniert. Live oder online, wie auch immer du möchtest. So melde dich bei mir vor ein kostenloses Erstgespräch. Und wir schauen zusammen, wo du stehst, was du brauchst. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Bis bald.